herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf der karte in thüringen jetzt unsere arbeit fort wir kaufen aktuell erste wir kaufen auch weizen das machen selber und wir sehen weiter aus mal schauen wir ja klar kommt das gefüllt macht mir optimistisch fängt vorne an es war nicht ganz korrekt aber wir wollen mal sehen diesen punkt nimmt hier anfang so dass er ja arbeitet kann er noch lecker man muss mal einen traktor probieren wo ich reife nicht zu eng zum samt gehen besser dann brauchen sie stark so der verkauft nebenbei noch wir verkaufen jetzt weizen steigt die leckung die kippt so gar nicht guter lenker und trotzdem nehmen das ist ungewohnt immer zeit stoppen sehr ungewohnt dafür das spiel soll der patch kaum 1 von 4 das wird so ein bisschen besser können ja nur hoffen ein paar andere besser wird vielleicht naja schauen wir der in zweckloch geht wieder auch nicht schlecht ich habe mir gestern in der folge geirrt heute ist freitag da tun wir uns nicht gerne hier mit lenken wenn wir so eine kreatur fahrt noch nicht umdrehen stell dir mal ganz rechts hin jetzt funktioniert wenn man gleich mal schauen wie eine böse Überraschung kommt schon einladen und wieder weg nach dem Motto Chef ist da aber ich sehe alles da hat er nicht auskämen war jetzt mal da auch nicht einkämen Verkauf, Verkauf, Verkauf Wollen wir noch einstellen Ja, nicht einfach, aber das muss man hinkriegen Ja, Meko geht mal weg Wir haben die Wolffi voll geschaffen auch Da sind wir eh kurz gefahren Dann fahren wir den selben Kurs Das ist auf 400 mit LKW Gehen wir mal den Kurs Mal ist kippt Ich habe schnell wieder etwas LKW Wir werden die Herrfahm Ja, da ist es fast leer oder dann machen wir den Traktor, mal das Zeug reinholen. Kurslaan, Verkauf, Flügelicht, Eweizenne. Dann machen wir den Ladebereich raus. Und Gas geben. Das müssen wir überwachen ein bisschen. Spätestens wenn der andere jetzt zurückfährt, gibt es Probleme. Vielleicht hat er jetzt das Wochenende die Karte fertig, unser Castor. Und dann können wir das Ganze nochmal von Null starten. In Anführungszeichen. Wenn uns alle Gerätschaften, alle Landflächen, Gebäude, die wir jetzt haben, versuchen das wieder rüber zu holen. Mit dem wir mal einfach das Geld nehmen und das dazu packen. Die hat er eingesoffen. Der Kurs an sich ist schlecht. Zu schnell eingefahren. Und... Wäre aber unfahrbar kann man sagen. Ich staune sowieso, dass er wieder sich fängt und weiter fährt. Das war der Kollege. Wuscht sich... ...RPS. Das geht. Sehen wir da... Die Unterbrechung mit Leistung hier. 100%, 100%. Wahnsinn. Wir reden jetzt vom Prozessor, ne? Die Grafikkarte ist gar nicht so ein Problem. Die auf 40%, 43%. Die sind gar 60% hier jetzt. Ihr könnt ja schneller fahren, aber da würde ja total die Straße... Ne? Einfahren. Und die Längel-Linie fährt. Das ist kein Wunder. Da wird nichts. Kann sein, dass der Preis für Weizen da nicht optimal ist. Aber die Lenkung, das will nicht. Na ja, der Verkauf. 14.000. Und nochmal. Nochmal 14.000. Ja, nochmal. Das ist Timing, sag ich mal so. Das hat den Augenblick, wo er sich nicht begegnet. Das ist gut. Ja, hier sind heftige Unähmeheiten sowieso. Oh, ich muss ihn 위로 zeigen. Oh, das ist jetzt schön. Oh, ich bin mir das rum. Und, denn dann habe ich den Augenblick auf. Oh, ich bin mir das rum. Oh, ich bin mir das rum. Oh, es ist ein Tor. So, dann fährt der Leiden zurück, der mit 73 kmh, ein stabiler Beben, wieder LKW, genau, da muss ich mal zurückfahren, ja, da war sie bei, ja, fahren ist gut, naja, gut, geht nix, wer weiß man nicht, einmal spiel laden und speichern, aber speichern und spiel laden, schon mal weg, machen wir jetzt zusammenklappen mit dem hier vorne, nichts mehr Enkels für die Straße, fahren wir gerade raus. Da fahren wir hier gerade aus, kurz mal ab, ne? Oh. Oh. So, ich glaube, das war der 30.000 kmh. Da war der 30.000 kmh. Oh. 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 da müssen wir eingreifen die karte nicht gut gronne sogar warten bis allgärlich kommt so da kommt sie ganz schnell sein ja du nix ja 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 ok ne hier Ich nehme ein Rämbler. Ups. Mama, ich stresst du. oh der klappt sogar daran dass wir geladen haben und andere hat nur fortgesetzt blocking so das soll es für die heutige folge gewesen sein mal normale folge ich habe euch gefallen würde mich freuen über ein like oder ein abo sage ich bedanke ansonsten sieht man sich wieder zum nächsten tag bis dann tschau